Entschuldigung der, Theron? Wollen wir auf Streife fahren? Heizemol Bitte, Jojo Das ist was normales bei uns Pitti Ich lauf hier mal und zeig den Code Respekt Der Typ kommt auf und ich geb mir ein Brett Ich schlag zurück, dann werd ich getasert und mitgenommen Warum bist du dann den Antrag? Ja weil er mich einfach tasert, Bist du behindert oder was? Ja ich werd wieder getasert Warum wird er denn einfach getasert? Ey wirklich Dienstnummer, 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 Dienstnummer Ey Will Smith, halt die Schnauze jetzt, okay? Heul nicht so viel rum Dienstnummer, 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 Dienstnummer Halt die Schnauze Wenn ich den mitnehme, wird er unter der Erde landen, okay? Ey Theron, ich muss mal bitte mit ihnen reden Äh, reden mit, reden mit dem Jungs, Alter Ey, wer hat gesagt, dass du einsteigen sollst? Ähm, du? Leute denken auch, die können einfach bei mir mit 20 Euro Paypal, Digga Sorry Bruder, fahr mal rechts ran, bitte Fahr mal rechts ran, bitte Hallo, ich hab doch nur ne Frage, Bruder Frage beantwortet P-Dealer, aah! Was geht schon heute ab, Alter? Haben die alle zu viel am Lack gesoffen? P-Dealer, aah! P-Dealer Ey, wir haben nix gemacht Reicht mir mit denen, Digga Reicht mir mit denen Bleib selber stehen Ich hab mich hier um den Abfall gekümmert Alter, meine eigenen Kollegen tun mich jagen, Alter Das heißt Verfolgungsjagd mit Polizei Scheiße, ich bin langsam War nicht schlau hier rein zu fahren Ich muss jetzt von meinen eigenen Leuten weg fahren Okay, damit ich dich abhänge, muss ich durch die Grove Street und sowas fahren Alles gef... Alles gef... Alles gef... Ja Gibt's was zu schauen? Gibt's irgendwas zu gucken? Was gibt's denn? Bruder, warum regnet das jetzt in GTA? Ja, guck mal, wie traurig mein Charakter jetzt läuft Ey, bitte nervt mich nicht Warum müssten wir halt aufs PD-Dach, Alter? Was gibt's da? Ach du Scheiße, was geht hier ab? Wo bin ich hier? Wer wurde entführt? Wer wurde entführt? Der Governor Das war eh ne Arschgeige, Digga, scheiß auf den Wenn ich entführt werde, dann mach ich hier nicht so einen Aufwand Digga, jetzt seid doch mal leise, meine Güte Der nervt mich zu hart, Alter Digga, was ist denn hier passiert? Dann schieße ich die im Kopf Was? In den Kopf schießen? Was hab ich da gehört? Nein, Alter, nein, alles gut Alles gut Officer Tyrone ist hier Ich hab mir gar nichts gedacht Das kam von den anderen Beinen da hinten Von denen da hinten? Okay, verstehe Jaja, die wollten mir im Kopf schießen So, ich hab gehört, sie wollen irgendjemanden in den Kopf schießen? Hier hinten? Kommen sie mal nach vorne Das stimmt gar nicht Wer mobbt hier wen? Wer mobbt hier wen jetzt? Der, der Herr in diesem Stimmt das? Glauben sie denen nichts, wir sind Brüder Ja, wir sind Geschwister Einmal will man, einmal will man, einmal will man eine Kriminalität auflösen, Digga Und dann sagen die mir sowas Oh, diese ganzen Gangster-Autos, können wir alle weg hier, Alter Diese ganzen lilan Crime-Autos, Alter, haben wir nichts zu suchen Sag immer, was ist denn das für ne scheiße Aktion von ihnen jetzt? Da wollen wir erstmal die Dienstnummer wissen, na? Hallo, ihre Dienstnummer Diese ganzen Gang-Autos haben mir nichts zu suchen Gang-Autos? Ich dulde halt keine Gang-Kriminalität bei mir Weil die jetzt mein Auto abgeschleppt haben, muss ich mein GTR ausparken, Digga Warum fahr ich nicht auf Streifen mit meinem Mercedes eigentlich? Wozu hab ich den? Da ist ja viel schneller Ey, wo sind denn eure Fahrzeuge? Ach so, abgeschleppt Ey, hör mir jetzt mal auf im Mercedes, das reicht Wegen mir ist der jetzt gestorben, Digga Und so einfach hab ich grad eine Schlacht entschieden Na gut, mir ist ja auch relativ egal, ne? Sollen die sich alle weniger abballern, dann haben wir weniger Probleme alle Dunkle Wolken ziehen auf, als Tyrone die Stadt betreten hat Ich hab keinen Bock mehr zu sterben, Bruder Ich raste, ich raste aus, Bruder Seid genauso Kein Bock mehr langsam, ja? Wo ist so geil los? Seid mal alle ruhig F***st mich Was ist hier los? Habt ihr das gehört? Die hat gesagt, sie f***t mich Wer f***t dich? Wer f***t dich? Die Frau hier, die Frau hat gesagt, die f***t mich So, sie haben was gesagt? Okay Ich schwöre auf meine Kunden Das mach ich nicht Der labert scheiße, der Hund Du bist ja auch ein Typ Bist du malatt, Digga Was ist los hier, Jungs? Was ist los? Bist du ein Typ? Der hier, der hier ist bitte Versteht ihr mich? Dann müsst ihr mich verstehen, dass ich den da rausgeholt hab Wisst ihr, wie ich mein? Hätt ich dir dasselbe nicht für ihn auch getan? Lass uns mal wieder ein bisschen die ganzen Gangs hier terrorisieren Die fühlen sich hier ein bisschen zu wohl Oh, oh, er trifft, Digga Okay, reicht, reicht, ich will hier nicht drauf gehen, Alter Man dürfte diese kleinen Pisse auch nicht unterschätzen Digga, wie f*** ich eigentlich? Was ist denn hier los? Bullshippern Ja, wie geht sie? Wow Scheiß auf dich, Digga Das ist mir doch egal Sollen die alle verrecken? Ich kümmere mich nur um die Sexualstraftäter Digga, ich fahr wie ne Eins, Alter, oh mein Gott Ich hab ne Idee, wie ich meinen Kollegen helfen kann Rechtsrand fahren, Alter, meine Straßenkontrolle Ich steck dir dein Mikrofon in deine... Einmal bitte rechts dran Ja, fahr mich halt Ja, wer selber schu... Egal, ich sag gar nicht Komm, mein Charakter guckt schon sauer, Digga Oh, warum ist die Cam so nah an, Digga Warte mal Die Cam geht ja gleich in meinen Arsch rein, Digga Warum sagt die mir nichts? Hallo, soll ich... ich fahr mal Ja, tun sie das mal Einmal aufsteigen Digga, diese UPS-Driver abzufangen macht ja übel Spaß Guck mal, das sind so einfach ganz normale RP-Spieler Die wollen ihr Geld verdienen, ihr Spaß haben Sind nicht für diese ganzen Gangs hier Und ich verrasch die trotzdem, Bruder, was bin ich für ein Hund Könnt ihr euch das vorstellen, Digga, ich nehme den ganzen Tag GTA auf und muss über sowas lachen Junge Ich kann nicht mehr Ja, okay, jetzt reicht's, Digga, jetzt reicht's ehrlich Ach, da ist er ja wieder Der wird sich beschweren bestimmt jetzt Ey, warum trittst du gegen sein Auto? Und aus Wut schlage ich jetzt die Frau Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, geht alle auf sie drauf, Digga Ey, die Herrschaften hier, wurdet ihr von der Dame hier sexuell belästigt? Ach, spät mir Ja? Nein, ich war... Ey, Bro, hast du Geld? Boah, es ist bald mein Name Ah, sick, Digga Fahr mich zum PD, ja, Kalb Fahr mich zum PD, ja, Kalb Berkuli Berkuli Ich küsse deine Eier Berkuli Berkuli, ich hab über dich ein deutsches Referat gemacht, ja Was hast du? Ein deutsches Referat über dich gemacht Du hast ein deutsches Referat über mich gemacht? Ja! Ja, jetzt sprich Ja, Bro Fahr mich bald zum PD Ja, okay, Bro Digga, Bro Digga, mein Lehrer zu mir Ja, ich hab über dich dich erzählt und so Und was hat dein Lehrer dir für eine Note gegeben? Drei, drei Ich f*** den Digga, warum hat er dir keinen Eins gegeben? Machst du gerade ein Video? Ja Bin ich drin? Ja Kann ich jemanden grüßen? Ja Ich grüße Ja Okay, ciao, Bro Ich wünsch dir doch was, ja, pass auf dich auf Oh Was war das für eine altverschrumpelte Oma? Ja, hey, Tyrone, was soll das? Wollen Sie einsteigen? Ja, steigen Sie ein Ich muss jetzt zu einem wichtigen Meeting fahren Wollen dann? Ich muss jetzt zu einem wichtigen Meeting fahren Wollen dann? Ich muss jetzt zu einem wichtigen Können Sie aber bitte diesen Schreien Wollen Sie nicht einsteigen, wenn alle sterben? Wollen wir vorlesen, wenn die anderen Steigen Sie ein Steigen Sie ein Lassen Sie doch meine Damen hoch Lassen Sie doch meine Damen hoch Steig ein jetzt Hören Sie jetzt mal bitte auf mich umzufangen Steigen Sie ein So berückt habe ich mich nicht Ich habe einen Glück Steigen Sie ein Nein Wenn die jetzt nochmal kommt, fahre ich die wieder um So, ich habe das jetzt einen enger gemeint Nur, dass das passiert Meld das hier auch, okay? Das hier auch Und das hier auch Und das hier auch Titten oder Arsch, Homi Titten ist für mich wie Oder das ist wie Arm einfach Das bringt nichts Ja, Homi Weißt du, wie ich meine, Alter? Ja, 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 Homi Ja, genau, Alter Und Arsch ist so einfach Ja, da hat man was von, weißt du? Ja, du kannst so kneten, Homi Von hinten, weißt du, Homi Ja, du kannst auch einfach so Zum Beispiel, wenn du Spaghetti Bolognese ist Einfach auf dem Arsch drauf essen Ja, Homi Ja, Johann, Alter Weißt du, wie ich meine? Aber so Männertitten sind auch nicht Ihhh Du Hund, wen willst du hauen? Komm mal her Komm her Ich ficke Heu leise Komm her Komm her Heu leise Heu leise Heu doch Komm her Ja ich komm und jetzt? Kannst gerne an meinem Sipp Ah du Wichser Alter, was für ein Hund Was für ein Köpäck Er traut sich nicht mal So Wow, feiger Hund da Was machen sie da? Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's.